will niemand eine runde streit spielen ist es das was ich glaube jetzt hast du alle linsen das war doch wirklich eine gewinnbringende sache für uns beide und was hast du jetzt vor ich kehre damit zum anrecht zurück dem knöchel geht's besser und ich vermisse den ruß in der luft hoffen wir dass du unterwegs nicht noch mehr gute chancen witterst ich verspreche lieber nichts viel glück also nützlich wie ein glashammer tja ich habe